Mein Name ist Malte Beinhauer, ich bin Professor für Unternehmensführung und Organisation und Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Warum sollten Sie Betriebswirtschaftslehre oder Wirtschaftswissenschaften studieren? Ich habe es damals studiert, weil ich noch nicht genau wusste, was ich später machen möchte. Und genau dieser Makel eigentlich, hat sich herausgestellt, war der Vorteil meines Studiums. Wirtschaftswissenschaften sind so breit gefächert, dass wir vom Wirtschaftsingenieurwesen bis hin zur normalen Betriebswirtschaftslehre und in der Betriebswirtschaftslehre auch vollkommen egal, ob es Marketing ist, Logistik ist, Rechnungs-, Prüfungs-, Finanzwesen oder ähnliche Sachen sind, Sie sich frei bewegen können. Das heißt, Sie fangen mit einem Studium an und können sich dann noch später auch überlegen, was Sie vertiefen können. Und im Job sieht das genauso aus. Sie werden nicht einen Job wählen, an dem Sie jahrelang festgenagelt sind, sondern Sie können auch innerhalb dieses Jobs Karrierepfade verändern lassen sich. Bei mir waren das immer so vier Jahresrhythmen, in denen ich zwischen Vertrieb, Beratung oder aber auch IT-Beratung wechseln konnte. Sie konnten auch mit diesem Studium Ihre Lebenswege anpassen. Das heißt, bei mir war es erst mal in der Beratung relativ stressig und als dann zwei Kinder unterwegs waren, habe ich mir den ruhigeren Weg eines Professors ausgewählt, aber bin immer noch der Wirtschaft mit der Beratung verbunden. Das heißt, ich kann auch hier eine Anpassung machen. Und diese Vielfalt Wirtschaft, die zeichnet eben dieses Studium aus. Nicht jetzt schon festlegen, was Sie machen wollen, sondern gemäß Ihren Stärken und Schwächen sich anpassen. Und deshalb sollten Sie Wirtschaftswissenschaften studieren. Wirtschaftswissenschaften studieren. Wirtschaftswissenschaften studieren. Wirtschaftswissenschaften. 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 Robert Michel. H